Christian Solmecke schaltet sich als Rechtsanwalt ein in die Diskussion Orange-Morange vs. Tanzverbot, Adress-Leak und Drogenkonsumvorwürfe. Und er blickt auch richtig ernst rein und wir gehen deswegen auch direkt rein. Das reimt sich schon wie böse. Der ist ja richtig auf Krawall gebürstet, der Herr Solmecke. Der Beef zwischen den Twitch-Streamern, Tanzverbot und Orange... Ja, geht's noch leiser. Direkt mal die Lautstärke ändern. Großartig. Flüstercontent von Herrn Solmecke. Orange-Morange geht in die nächste Runde. Ich hatte schon vor einiger Zeit darüber berichtet, dass die beiden sich hin und her geschubst haben auf der Gamescom und es da wirklich körperlich zur Sache ging. Jetzt schiebt Orange-Morange verbal ein hinterher und bezichtigt Tanzverbot des Drogenkonsums. Außerdem veröffentlicht Orange-Morange die Privatadresse von Tanzverbot. Und wir als Kanzlei wissen, was das für berühmte Persönlichkeiten bedeutet. Wir vertreten ja einige der großen YouTube-Stars und wenn von denen Privatadressen an die Öffentlichkeit kommen, dann ist da oft mit einem Massenauflauf zu rechnen. Ich begutachte die Sache hier mal rechtlich, sage, welche Möglichkeiten Tanzverbot hier hätte und bearbeite zunächst einmal den Fall und zeige euch, was hier in der Chronologie zuletzt gelaufen ist. Boah, das ist intro, umso weiter. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr über ihr neuesten Beef auf YouTube rechtlich up-to-date bleiben wollt, dann abonniert gern diesen Kanal. Denn wenn sich zwei YouTuber streiten, dann schätzt das der Solmecke oftmals rechtlich ein. So auch in diesem Fall Beef zwischen Tanzverbot und Orange-Morange. Da war es zuletzt so... Das ist eine ganz neue Art des Aussprechens. Orange-Morange. Oh, ich bin Orange-Morange. Und das geht? Das ist ein Problem. Die beiden sich auf der Gamescom ein bisschen gekloppt haben. Ja, danach wurde es ein bisschen ruhig um die beiden. Aber ein Tweet von Tanzverbot hat möglicherweise neuen Zoff ausgelöst. Und so sah der Tweets auf. Er sagt, Kik arbeitet doch mit View-Bots. Wahrscheinlich haben alle Casino-Streamer, die switchen die gleichen Zuschauerzahlen wie auf der größten Livestream-Plattform der Welt. Also der zweite Satz ist natürlich ironisch gemeint. Kik ist eine neue Streaming-Plattform oder eine Streaming-Plattform. Und Tanzverbot sagt, kann ja nicht sein, dass jemand, der jetzt auf... Hey, einfach mal die Nachrichten geleakt, die hier so drin sind. Weil ich übrigens eine ordentliche rechtliche Einstufung gemacht habe zu den Terms of Service bei Twitch, hat mich Herr Newstime gebannt. Bei sich im Stream. Richtig peinlich. Und offensichtlich braucht Herr Solmecke Kontakt mit dem TikTok-Support. Dann soll er mich gerne anschreiben. Ich habe einen sehr guten Draht zu TikTok. Dann kann ich ihm vielleicht auch helfen. Kik streamt, Casino-Streams macht, da er genauso viele Zuschauer hat wie auf Twitch. Ist doch vollkommen unlogisch. Also sein zweiter Satz war eben ironisch gemeint. Und unter anderem ist einer derjenigen, die Casino-Streams auf Kik anbieten, orange-morange. Der ist jetzt zu Zeiten, als ich dieses Video hier aufnehme, offline, hat da 9500 Follower. Und wahrscheinlich hat unter anderem bei ihm Tanzverbot beobachtet. Puh, der hat aber viele Streams auf einer relativ unbekannten Plattform, wo viele Casino-Streams auch zu sehen sind. Das Thema, das thematisiert Tanzverbot aber nicht nur auf Twitter. Nein, er sagt das auch noch in einem YouTube-Video. Gucken wir da mal kurz rein. Und dann wollt ihr mir erzählen, dass eine Kik, eine Plattform, die kein... Dieses T-Shirt will ich übrigens auch haben und ich habe es auch nicht gefunden mit dem Creeper. ...keinen Benutzerfluss hat. Da ist ein Batzi online mit 5000 Zuschauern. Gleichzeitig ist dann Orange-Morange unterwegs mit 2500 Zuschauern. Und ein Skrull ist da online mit 1900 Zuschauern. Das wollt ihr mir erzählen? Das ist so un... Ja, aber dazu muss man ja auch sagen, dass ein Skrulls auch mal 15.000 Zuschauer hatte auf Twitch. Ich finde die Zahlen schon sehr realistisch. Ich bin auch kein Partner bei Kik, aber ich würde es mal gerne testen. Unrealistisch! Was ist das denn hier? Es ergibt einfach keinen Sinn! Ja, also das sind die ganz klaren Vorwürfe. Er sagt eben, vollkommen unrealistisch, kleine Plattformen und da hat man genauso viele Streams wie auch auf Twitch. Das ergibt keinen Sinn und das kann er sich einfach nicht vorstellen. Apropos, kurzer Hinweis, was sich auch viele nicht vorstellen können aktuell, ist, dass ihr nicht vorstellen, dass man auf Kik genauso viele Zuschauer... Wenn man vom Teufel spricht, kommst du direkt rein. ...hat wie auf Twitch beispielsweise. Tausende von Live-Zuschauern für ihn unvorstellbar. Das könnte einer der Auslöser des Streits gewesen sein. Und dann noch ein Tweet von Tanzverbot, in dem er sich darüber aufregt, dass Orange Morange Tanzverbotsfreundin angreift. Er sagt hier dazu, Orange Morange hat jetzt zweimal meine Freundin, die kein Teil des Beefs ist, öffentlich beleidigt und ihr vorgeworfen, dass sie nur mit mir zusammen ist, weil ich Fame bin. Du weißt doch selbst, wie es ist, wenn die Freundin grundlos beleidigt wird. Also auch hier verteidigt er sozusagen seine Freundin. Und Orange Morange, der antwortet direkt und jetzt wird es schon juristischer. Was für schmutzige Menschen da unten drunter kommentieren. Das sage ich mal, da sagt er nämlich, wann machst du den Haartest? Zeig mal, wo ich deine Freundin öffentlich beleidigt habe. Lüge hier nicht so rum. Ja, also Haartest, wisst ihr vielleicht, damit kann man den Konsum von Kokain nachweisen. Diejenigen, die schon, so wie ich, etwas älteren Semesters sind, kennen vielleicht den Streit rund um den Fußballtrainer von Bayer Leverkusen, Christoph Daum. Hier wird es ja schwer mit dem Haartest, Herr Solmecke. Und Christoph Daum hat gesagt, ich habe niemals Drogen genommen, macht einen Haartest und siehe da, er hat mit Britney Spears Kokain genommen. Und diese Beleidigung der Freundin, die streitet Orange Morange ab, sagt also... Die habe ich auch nicht mitgekriegt. Also, hat das jemand gesehen? Ich habe das nur mitgekriegt mit dem Leak der Adresse. Also, eine weite Verbreitung der Adresse. Die Adresse von Tanzverbot war ja in Haterkreisen bekannt. Hat ja selbst Tanzverbot gesagt. Aber mit der Beleidigung? Ich habe auch nirgendwo einen Clip dazu gesehen. Vielleicht ist hier ja einer drin. Lücke nicht so rum. Ich habe deine Freundin niemals in irgendeiner Art und Weise beleidigt. Also, sagt es hier, wo habe ich deine Freundin beleidigt? Lücke nicht rum. Aber gleichzeitig eben sagt er, mach mal den Haartest. Und dann, warum das so ist, ob das eine Anspielung auf folgenden Ausschnitt eines Streams ist bei Tanzverbot. Gucken wir mal rein. Also, pass mal auf. Hier ist nämlich Folgendes passiert. Das war auch ganz interessant. Also, es gab sozusagen mehrfach dieses in den Raum stellen von Orange, Morange, das Tanzverbot und wohl auch... Baran, ich kenne den Content von Shaden. Daran ist jetzt auch mal ganz ehrlich. Die Leute, die Shaden deswegen kritisieren, sind diejenigen, die, wenn sie gerade aufgestanden sind, Pornhub aufrufen und bevor sie schlafen gehen, Pornhub aufrufen. Also, diese ekelhafte Doppelmoral. Einfach nur lächerlich. Die größten manuell Aktiven sind diejenigen, die sich ein Urteil über Shaden erlauben, die sie überhaupt nicht kennen. Seine Freundin Kokain, also Drogen nehmen. Und hier, schauen wir mal rein. Da bietet Orange, Morange, Tanzverbot 100 Euro. Und das Geld soll er nehmen, um sich so einen Haartest zu finanzieren. Hört mal rein. Ey Leute, danke schön für die 100 Euro. Ja, ich werde auf jeden Fall einen Haartest machen. Ja, also, nur Gerüchte sein, habt ihr es mal gehört. Aber das macht nichts. Auch, da komme ich gleich drauf, weil wenn man nur solche Gerüchte in die Welt setzt, kann das schon eine Straftat sein. Wir hören euch mal weiter. Aber ich glaube, der kostet, ich glaube, der kostet in Berlin 300 Euro. Oh, zwischen 200 und 300 Euro. Ich glaube, Orange, Morange, ich brauche nochmal 100. Ey Bro, wärst du nochmal so, wärst du nochmal so lieb? Ich bräuchte nochmal 100. Ey, das wäre echt lieb von dir, weil sonst kann ich den nicht machen. Das wäre halt, minus Steuern, um Gottes Willen, das habe ich ja vergessen. Also, hier ist also mehrfach behauptet worden, das Tanzverbot oder in den Raum gestellt worden von Orange, Morange, Orange, Morange, das Tanzverbot Kokain nehmen würde, auch bezogen auf seine Freundin ganz offenbar. Und dass er da bitte einen Haartest machen soll. Er spendet dann wirklich echtes Geld. Und Tanzverbot selbst streitet ab, sagt also auch in einem weiteren Stream, dass er jemals Kokain genommen hat. Das gucken wir uns auch noch eben an, dass das sozusagen auch noch klargestellt wird an dieser Stelle. Ähm, hier sagt er das. Er spendet mir ja Geld, wovon ich was machen kann. Ich raff diesen Hate nicht. Ey, Real Talk, ich block ihn auch nicht weg. Ich könnte ja seine Spenden einfach wegblocken. Aber ich finde das einfach so unglaublich lustig, dass er immer wieder 100 Euro spendet. Aber diese 100 Euro, die dienen ja nicht dem Zweck, mich zu unterstützen, sondern er möchte damit ja signalisieren, ich hasse dich, aber ich hau dir trotzdem 100 Euro raus, weil es für mich keinen Wert hat. Ich sollte mich vielleicht auch mit Orange Morge anlegen, damit ich schön viele Spenden bekomme. Aber bitte nicht 100er Spenden. Man müsste schon einen Taui rüberwachsen. Pro Nachricht. Aber für mich hat das einen Wert. Für mich. 100.000er Spenden habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Das würde mal wieder schmecken. Nur, dass es keinen Wert hat, sondern ich glaube, er will auch da durch die Blume behaupten, mach mal ein hartes, du nimmst Kokain. Also er will diese Behauptung in den Raum stellen. Für mich ist das geil. Für mich ist das unglaublich viel Geld, womit ich mir schöne Abende machen kann. Damit kann ich, damit fahre ich zur Ostsee, lade Lola auf ein schönes Essen ein, wir haben einen schönen romantischen Abend am Wasser. Dann gehen wir ins Hotel, was er auch schon bezahlt hat. Weißt du, was ich meine? Das ist ein Ticker. Ja, also tatsächlich kann es beides sein. Einerseits will hier Orange im Orange zeigen, 100 Euro sind für mich kein Geld, für dich Tanzverbot ist es viel Geld. Das ist die Interpretation von Tanzverbot. Ich glaube, er will damit immer wieder dieses Thema Haartests in die Öffentlichkeit bringen. Und Haartests sind klar mit dem Drogenkonsum verbunden. Und immer wieder wird damit behauptet, Tanzverbot würde Drogen nehmen. Und auch Tanzverbot macht natürlich das Beste draus. Er dreht den Spieß einfach um und sagt, danke, ich nehme das Geld, mach keinen Haartest. Warum sollte ich? Ich nehme kein Kokain. Kann aber ein schönes Wochenende oder ein schönes Essen mit meiner Freundin damit machen. Ja, die gegenseitigen Scharmützel im Netz, die enden jetzt heute damit, dass Orange... Wo kam denn überhaupt diese... Ich glaube, dieser Vorwurf der Drogen kam wegen des Ausrastes auf der Gamescom. Ich glaube, das war ja auch extrem, was da ablief. Das war ja auch absolut uncool, wie auch Tanzverbot da abgegangen ist. Also da hat sich keiner mit Ruhm bekleckert. Aber es wird natürlich von der einen Bubble leider sehr selektiv verbreitet und wahrgenommen. Und ein Problem spielt hier im Gesamtkomplex und deswegen hat er mich wahrscheinlich dann auch blockiert. Jemand wie Herr Newstime, dessen Umfeld ja für... maßgeblich für die Gewalt verantwortlich war. Also das war ja wohl die angebliche Managerin, die da sofort gewalttätig wurde und dann ist es komplett eskaliert. Er hat sich, also am wenigsten mit rumbekleckert, hat sich dann wohl Herr Newstime im ganzen Komplex. Aber das wird in der Bubble dann anders wahrgenommen. Dann wird man, allein dass ich das jetzt gesagt habe, dass ich jetzt hier die Wahrheit ganz objektiv ausgesprochen habe, das wird dazu führen, dass sofort gesagt wird, das ist jetzt auf der Seite der Casino-Streamer. Was ein riesiger Unsinn ist. Ich bin mit Kilian sehr gut, ich bin auch mit Theo sehr gut, mit Orange Mornish nicht so eng. Man kennt sich natürlich, aber ich versuche das recht objektiv, das schon neutral anzugehen. Was leider von gewissen Seiten nicht so geschätzt wird. Sagen wir es mal so. Tim Orange in einem Livestream auch noch behauptet, er würde eine neue Wohnung in, oder jetzt behauptet hat, eine neue Wohnung in Berlin suchen und fragt die Zuschauer, ob sie über den Standort der Wohnung Bescheid, irgendwas wüssten und es kommt dann ganz zufällig voraus, ach, du suchst eine Wohnung? Genau da wohnt doch Tanzverbot. Und im Hintergrund, weil zumindest im Originalstream der Ort der Wohnung zu sehen und dann sagt er auch noch die genaue Adresse im Video und der Ton ist zensiert und der Hintergrund ist geblurrt, aber ich zeige euch mal, wie das gelaufen ist hier. Das ist auf Twitter gezeigt worden, dann nochmal, oder weitergegeben worden, ja. Also das war der Lach. Hier ein paar Wohnungen rausgesucht und es gibt hier eine sehr, sehr schöne Wohnung. Ja, es ist also geblurrt und ihr seht sozusagen, dass dann im Hintergrund eben und ich überlege mir halt wirklich da einfach hinzuziehen und wollte euch fragen, wie findet ihr die Lage? Jetzt mal so auch ein Abseits dieses Punktes. Ich habe natürlich Orange Morange auch darauf angesprochen und er sieht auch ein, dass das ein Fehler war, dass diese Aktion uncool ist. Also, aber die Fronten sind dermaßen verhärtet. Man müsste beide wirklich einmal zwingen, dass man sich zusammensetzt. Das wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren, weil auch gewisse Akteure im Hintergrund gar kein Interesse daran haben, dass man friedlich auseinander geht, weil darauf mit Klicks Videos gemacht werden. Und dann werden extra Livestreams und Sonderlivestreams und nochmal ein Livestream in Newstern gemacht, mit dem man natürlich sehr viel Geld verdient dann am Ende. Gefragt, wie findet man die Lage dieser Wohnung? Ja, also im Original war das eben offenbar nicht geblurrt. Oder zum Beispiel ein Tobias Huch, der jetzt damit Klicks zieht. Nein, ich habe ja lange gewartet, aber jetzt ist es so weit oben, dass das eigene Agieren keinen Einfluss mehr hat. Und ich gehöre, glaube ich, zu den wenigen, die zwischen diesen Bubbles stehen und versuchen dort eine objektive Herangehensweise zu finden und nicht zu eskalieren, sondern pausenlos versuchen zu deeskalieren. Das wird selbstverständlich nicht gewertschätzt. Deswegen kassiert man den ein oder anderen Bann bei eskalierenden Persönlichkeiten hier auf Twitch. Kennt vielleicht irgendjemand die Gegend? Ich meine, guck mal, 650 Euro, Digga, das ist ein Schnapper. Das ist echt ein Schnapper. Tanz, der wohnt da? Hä? Der wohnt doch in... Ich habe im anderen Video schon gesagt, im anderen Stream auch, das Anmieten dieser Wohnung auch bezugsfertig würde dazu wahrscheinlich führen, dass Orange Morange in Deutschland teils steuerpflichtig wird und Hunderttausende verliert. In Berlin? Ja, jetzt... Was redet ihr da? Nein, Quatsch. Tanzer wohnt irgendwo in Berlin, aber ich habe mir das hier rausgesucht, weil die Lage voll schön sein soll. Also hier mit diesen schönen Bäumen und so. Also immer wieder wird die Adresse angeblendet und natürlich ist der vermeintliche Trick zu sagen, nee, ich habe nicht gesagt, dass Tanzverbot da wohnt. Jemand hat gesagt, da wohnt doch Tanzverbot. Und nee, da wohnt doch nicht Tanzverbot, Tanzverbot wohnt doch in Berlin. Das ist jetzt hier, glaube ich, in der Nähe von Berlin oder so gewesen. Ja, es ist schon Berliner Raum, es passt wohl alles, es ist wohl auch die Adresse von Tanzverbot. Jedenfalls scheint Tanzverbot das bestätigt zu haben. Und über diesen Trick versucht er so ein bisschen so zu tun, als wenn, ich habe doch nie gesagt, was die Adresse von Tanzverbot ist, aber er sagt sie trotzdem. Komme ich auch gleich, ob das denn überhaupt reicht, juristisch, dass man sich so wieder distanziert. Und hier sagt dann Tanzverbot in dem Tweet. Natürlich reicht es nicht. Halten wir mal fest, Orange um Orange. Es reicht null, aber es ist halt die Frage, ob es strafrechtlich relevant ist und wir haben ja schon in diesen Paragrafen reingeschaut und ich halte den Paragrafen dafür nicht einschlägig. DSGVO, also könnte man da eher ranziehen, aber nicht das Strafrecht. On Stream, vor mehreren tausend Leuten meine Adresse geleakt und droht mir mit weiteren Veröffentlichungen aus dem privaten Umfeld. Zieht meine Freundin mit rein und behauptet öffentlich, dass wir beide Koks ziehen. Wo ist Schluss? Und 1,5 Millionen Mal ist dieser Tweet mittlerweile angezeigt worden. Also wirklich nächste Eskalationsstufe muss man hier ganz klar sagen. Wann der Streit hier aufhört, Liederwahrer Tanzverbot, können wir nicht sagen, aber wir können ihn zumindest rechtlich einschätzen und juristisch einschätzen. Es sind also zwei Dinge, die wir hier betrachten müssen. Das erste ist zunächst mal, dass Tanzverbot angeblich Kokain konsumiert. Das ist eine Behauptung, die in den Raum gestellt wird und das wollen wir uns strafen. Chris, das habe ich doch gesagt. ...rechtlich und zivilrechtlich mal anschauen und dann schauen wir uns im nächsten Schritt die Veröffentlichung der Wohnadresse an, sozusagen die neueste Eskalation in dem ganzen Streit. Also strafrechtlich sieht das Ganze so aus, dass wir mal einen Blick in den 186 Strafgesetzbuch werfen können. Da geht es um die üble Nachrede und jetzt kann man sagen, ja, der redet ja nur von einem Haartest, aber wenn ich von einem Haartest rede, weiß ein Großteil der Bevölkerung oder jedenfalls die angesprochenen Kreise wissen, dass damit gemeint ist, er soll einen Haartest machen, um mal zu überprüfen, dass er kein Kokain nimmt. Und da muss man sagen, da ist die Behauptung erst mal von Orange um Orange in den Raum gestellt worden, das Tanzverbot Kokain nimmt. Das ist klar. Also für die Aussage könnte man im Bereich der üblen Nachrede oder sogar Verleumdung. Wenn Beziehung auf einen anderen, also üble Nachrede hier, Orange auf Tanzverbot, eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der Öffentlichkeit, öffentliche Meinung herabzuwürdigen, geeignet ist, wird, wenn ich diese Tatsache erweislich weiß, mit Freistrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Also, hier sieht es so aus, er hat erst mal was in den Raum gestellt und jetzt müsste er beweisen, dass die Tatsache wahr ist. Da sage ich mal, das wird aber schwierig werden. Wie soll er beweisen, dass Tanzverbot oder seine Freundin Kokain nehmen? Erst mal ich persönlich. Udo, lass die Unterstellungen. Keiner von den hier beteiligten Personen nimmt in irgendeiner Weise illegale Substanzen zu sich. Die meisten wissen nicht, dass Udo als Comedian unterwegs ist und das natürlich nicht ernst gemeint ist. Da sieht er gar keine Anhaltspunkte und ich würde das auch nicht glauben, aber dafür kenne ich da gar keinen in dem Game persönlich genug. Aber wenn man einfach mal sowas in den Raum stellt, dann muss ich es auch beweisen. Jetzt ist es so, dass Tanzverbot natürlich selber einen Haartest machen könnte, so wie es damals Christoph Taum gemacht hat und der hat sich damit dann erst belastet. Aber Tanzverbot auch schon, ey Leute, ich mache keinen Haartest. Ich fahre mal mit meiner Freundin von dem Geld, was Orange um Orange mir für den Haartest gespendet hat, mal lockerflockig schön in den Urlaub oder gehe mit ihr nett essen. Finde ich ja auch ganz cool, dass er so darauf reagiert hat. Es gab allerdings auch schon Fälle, wo manche Menschen dann tatsächlich den Haartest gemacht haben, um zu beweisen, dass an den Aussagen nichts dran ist. Da gab es den Richter gnadenlos, Ronald Schill oder Roland Schill, den kennt ihr vielleicht noch, der war Innensenator von Hamburg, relativ rechter Richter, muss man wahrscheinlich sagen. Der ist mit massiven Drogenvorwürfen konfrontiert worden. Der hat dann den Haartest gemacht und hat seine Unschuld entsprechend bewiesen. Hier allerdings ist es so, üble Nachrede dürfte vorliegen, denn Orange um Orange wird es nicht gelingen, nachzuweisen, das Tanzverbot Kokain. Ein Haartest kostet 137 Euro. Nice. Das ist auch alle möglichen anderen Substanzen. Fetanyl, Ketamin, Methadon, Piate, THC, Benzos. Ja, spendet mir 1000 Euro und ich mache auch so einen Kokain-Test. Veröffentliche ihn dann. Konsumiert. Außerdem haben wir noch das hier, eine Verleumdung, wer wieder besseren Wissens in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in Öffentlichkeit der Meinung herabzuwürdigen und dessen Kredit zu gewinnen geeignet, es wird im Freizeitag bis zu zwei Jahren bestraft. Also könnte auch noch sein, dass auch noch das verwirklicht ist, denn auch da könnte man ja sagen, das ist ja, möglicherweise weiß er nicht, ob es wahr ist oder nicht, aber er stellt es einfach nur in den Raum. Aber könnte in der Summe auch noch verwirklicht sein. Bei diesen beiden Delikten müsste Tanzverbot aber Strafantrag stellen. Das sind Antragsdelikte, das heißt, ohne dass da von Tanzverbot ein Strafantrag kommt, passiert da nichts. Außerdem habe ich mir noch in 164 Absatz 2 rausgepickt. Das ist aber schwer. Der 164 passt dort nicht. Das ist öffentlich, das ist falsche Verdächtigung. Ist denn der Konsum überhaupt strafbar? Er unterstellt ihm ja nicht Besitz, er unterstellt ihm ja Konsum. Und der Konsum ist nicht strafbar, deswegen ist es keine falsche Verdächtigung. Ich hoffe, das sagt Solmecke noch, sonst bin ich komplett am Ende mit meinem Latein über seine juristischen Fähigkeiten. Also da geht es um falsche Verdächtigung, wenn man jemanden einer Straftat verdächtigt. Also auch das könnte natürlich der Fall sein. Das ist zwar normalerweise eine Norm, die für die Anzeige bei einer Behörde gedacht ist, aber in Absatz 2 steht drin, genauso wie bei einer Anzeige einer Behörde, das hat Orange um Orange ja nicht gemacht, wird bestraft, wer in gleicher Absicht bei einer der in Absatz 1 bezeichneten Stellen oder öffentlich über einen anderen, und das ist ja sehr öffentlich passiert, über einen anderen, wie der besseren Wissens eine sonstige Behauptung, tatsächliche Art aufstellt, die geeignet ist, ein behördliches Verfahren gegen ihn herbeizuführen. Das könnte natürlich passieren, dass jetzt ein Staatsanwalt die Ermittlungen aufnimmt, weil das in den Raum gestellt worden ist, Tanzverbot, nimmt Kokain ein. Nö. Nein. Das, also das, da redet Herr Solmecke Unsinn. Das ist einfach Schwachsinn. Denn er unterstellt ihm ja keine Straftat. Orange um Orange wirft in den Raum den Konsum von Kokain. und das ist nicht strafbar. Lautrack.com ist der Konsum von, das glaube ich nicht, das ist der Konsum. Schauen wir doch mal nach. Ist der Konsum von Kokain strafbar? Das halte ich nicht für strafbar. Nee, ist nicht strafbar. Der Konsum geht mit dem Besitzenden mit einem. Nein. 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 Das ist Schwachsinn. Nein. Wenn jemand konsumiert, muss er nicht Besitzer sein. Das ist einfach Quatsch. Das ist Schwachsinn. Das kann ja jemand anderem gehören. Er nimmt es ja nicht in Besitz. Nein. Also, sorry, das was Solmecke hier erzählt, ist einfach, das ist falsch. Das ist einfach, also wenn ich jetzt Unsinn rede, kann Solmecke das gerne mal klarstellen, aber da der Konsum nicht verboten ist, wird auch keine Straftat unterstellt und somit ist auch nicht der Paragraf 164 falsch Verdächtigung gegeben. Absolut, also es ist einfach Quatsch. In Deutschland natürlich sehr verbotene Droge. Zivilrechtlich kann sich Tanzverbot auch schon jetzt wehren, also das sind sozusagen die strafrechtlichen Auswirkungen für Orange und Orange. Auf zivilrechtlicher Ebene kann Orange und Orange kostenpflichtig von Tanzverbot abgemahnt werden. Und hier schreibt natürlich jemand, der Punkt ist folgender, wenn Konsum festgestellt wird, folgt erstmal ein Verfahren, weil Besitz angenommen wird. Dadurch entsteht offensichtlich ein Schaden. Richtig. Aber, aber, das passt nicht zu dem Paragrafen 164, denn Orange, Morange hat keinen Besitz unterstellt. Der hat also nicht gesagt, Tanzverbot hat bestimmt, geh doch mal in deinen Kokainvorrat zu Hause oder sowas. Hätte er das gesagt, hätte er ihm eine Straftat unterstellt, den Besitz. Der reine Konsum wird damit nicht geäußert und somit ist es nicht der 164. Dass ein Staatsanwalt dann auf die Idee kommt, es könne auch Besitz vorliegen, das steht auf einem anderen Blatt. Das ist aber dann, das ist aber dann nicht, ähm, haftbar zu machen, als das übertriebene Handeln einer Staatsanwaltschaft auf Orange und Orange. Das ist ja, das ist ja Quatsch. Er hat, genau, also Solmecke hat hier einfach, ich glaube, er hat einfach nicht nachgedacht. Er hat nicht nachgedacht, ob der, ob der Konsum überhaupt verboten ist. Es geht nur um den Konsum, es geht nicht um den Besitz. Und das, das ist so ein, genau, und weil, genau, bei dem festgestellten Konsum, so ein Verfahren folgt, ist es auch anzweifelhaft. Also, nein. Die ganzen Videos müssen gelöscht werden, es muss dann versprochen werden, in Zukunft das nicht mehr zu machen, das ist ein Unterlassungsverpflichtungserklärung, das heißt ein Vertrag quasi, den Orange im Orange mit Tanzverbot schließen würde, wo er verspricht, okay, sag ich das alles noch? Und Andi, ja, er hat keine Ahnung, Andi, er hat keine Ahnung, er hat schon oft Fehler gemacht, ähm, weil ich in manchen Bereichen einfach besser Kenntnis habe, zum Beispiel auch in Bezug auf Glücksspiel- und Jugendschutzgesetzgebung. Also troll hier nicht rein, kriegst hier deine Auszeit, und dann entschuldige dich, und dann darfst du wieder mitspielen. Es ist einfach Fakt. Wenn, wenn Solmicki jetzt behauptet, die Erde ist flach, der ist doch Anwalt, der wird das doch wissen. Das heißt nicht ohne Grund, zwei Anwälte, drei Meinungen. Nochmal zahle ich dir 5000 Euro, das ist eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung, das wäre alles drin, das könnte Tanzverbot in meinen Augen jetzt, verlangen, und wenn er es dann nochmal macht, der Orange um Orange, gibt es für jeden Fall 5000 Euro, unmittelbar für Tanzverbot. Theoretisch könnte... Richtig, Andina Kett, ähm, schreibt hier richtig, wenn man das Rauschmittel in der Hand hält, zählt es noch als Konsum und ist nicht, äh, und ist straffrei. Wenn es jedoch in der Hosentasche liegt, kann man von Besitz, so ist es. Dann ist es ja in meiner kompletten, ist es ja direkt in meiner, in meiner Gewalt. Und ich habe es nicht im Kontext des Konsums, sondern ich hebe es auf. Dann ist es der Besitz. Wenn er es aber konsumiert, ist es nur der Konsum und ist nicht strafbar. Also es ist halt, ist halt, ich glaube, er hat einfach nicht nachgedacht, Solmig, das müsst ihr eigentlich wissen. ... ... ... auch gegen Tanzverbot eben ermittelt werden, hatte ich gesagt, seitens der Staatsanwaltschaft. Gucken wir uns jetzt den zweiten Teil an, nämlich die Veröffentlichung der Wohnadresse. Ja, da geht es also um die Wohnadresse, ihr habt das in dem... Ich sollte einfach Jura studieren und einfach einen Abschluss als Anwalt machen, damit die Leute auch wirklich merken, dass hier eine andere Rechtsauffassung möglich ist. Und Solmig ist auch kein Strafrechtler. Ich auch nicht, aber ich kenne die Begriffe, ich weiß die Unterschiede bei der BTM-Gesetzgebung. Und... Dankeschön, Kurt Nolli. Also ein Medienrechtler hat wahrscheinlich mit BTM nie etwas zu tun gehabt. Ich habe natürlich politisch etwas damit zu tun gehabt, weil wir ja gerade über die Legalisierung von Buberts reden. Und das war früher eines meiner Themen. Ich war, glaube ich, einer, wenn nicht sogar mit der Erste, Juli, der die Freigabe von Marihuana gefordert hat. Und zwar über Apotheken. Die Idee ist, über Apotheken freizugeben, ist auf meinen Mist in Rheinland-Pfalz gewachsen. ...was geblurrt, aber im Livestream angeblich im Original alles zu sehen. Da war es so, dass die Wohnadresse offenbar zu sehen war und Orange und Orange gesagt haben, was, von Tanzverbot soll die sein? Völlig entsetzt, kann doch nicht wahr sein. Glaube ich doch gar nicht. Aber in Wirklichkeit er damit ja die Wohnadresse bestätigt hat. Die Situation würde ich also wie folgt einschätzen. Die Privatadresse ist preisgegeben worden. Egal erstmal, ob das humoristisch verpackt worden ist, wie ihr es gesehen habt, oder nicht. Das kann man außer Acht lassen. Hier geht es um einen Verstoß gegen das Datenschutzrecht, und zwar gegen Artikel 6. Das wird spannend, Datenschutz. Genau. Das ist der eigentliche Punkt. Der Datenschutz-Grundverordnung. Also hier, wenn die Norm durchgeht, erspare ich euch jetzt mal an dieser Stelle. Datenschutzrecht ist immer ein bisschen verquer. Es gibt keine, das wären die Erlaubnistatbestände, wann man Daten verarbeiten kann. Und Datenverarbeitung wäre sozusagen auch eine Veröffentlichung seiner Adresse. Das ist nur möglich, wenn in diesem Fälle ein Tanzverbot eingewilligt hätte, sehe ich hier nicht alle anderen Rechtfertigungsgrundlagen hier oder Erlaubnistatbestände sehe ich hier nicht als gegeben an. Da diese Norm verletzt... Ja, der Verstoß gegen die DSGVO, der ist klar. Das ist wohl mehr als eindeutig. Als das und die Verarbeitung unrechtmäßig war, hätte hier Tanzverbot nach Artikel 82 DSGVO einen Anspruch auf Schadenersatz in Verbindung mit 1004... Ja. Nur wie will er den Schaden beziffern, wenn die Adresse im Allgemeinen in Haterkreisen schon bekannt ist, kann Tanzverbot den Schaden eigentlich nicht beziffern. Außer er zieht um und sagt in dem Kontext und ein Gericht sagt, okay, in dem Kontext ist ein Umzug zu rechtfertigen. Dann müsste Orange-Morange für die Umzugskosten aufkommen. Aber sehr schwer, einen Schaden nachzuweisen. Sehr, sehr schwer. Das Thema hatte ich mal, als ein unfähiger Richter aus Versehen ganz unnötig meine gesperrte, meine, wichtig, meine gesperrte Adresse veröffentlicht hat. Er wusste, dass sie dir Geheimhaltung unterlag. Und er hat sie trotzdem veröffentlicht. 4,823 BGB. Also auch da wieder ein Anspruch auf Schaden. Das ist an dieser Stelle schon mal der Hinweis. Wenn ihr uns für diese Ausarbeitung gerne belohnen wollt, abonniert gerne den Kanal. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu uns findet. Ja, gucken wir mal weiter. Was könnte hier noch vorliegen? Wir haben solche Sachen übrigens schon erfolgreich vom Oberlandesgericht Köln durchgesetzt bekommen, wenn so Adressen, private Daten veröffentlicht worden sind. Natürlich kriegt man das durch. Das Problem aber, bevor wir weiterschauen, wie die Ausführungen von Herrn Solmecke sind, das Problem ist gar nicht mal, dass man das, dass zivilrechtlich ist das sehr eindeutig. Das kriegt Solmecke hin, das würde sogar ein ADAC-Rechtsanwalt, glaube ich, hinbekommen, so ein Verkehrsrechtler. Nein, aber Spaß beiseite. Das Problem ist die Zustellung der Klage. Die Adresse von OrangeMorange ist nicht bekannt. Und ohne Zustellung funktioniert es halt nicht. Öffentliche Zustellung wäre vielleicht eine Option. Aber wie kriegt man dann die Kosten rein? Dann müsste ich irgendwo fänden, dann müsste ich einen Fändungsbeschluss an irgendjemand, der OrangeMorange bezahlt. machen. Und das ist so ein Aufwand. Und sein Management sitzt ja auf Madeira. Und das ist auch keine, das Management ist keine einwandfreie Zustelladresse. Da wohnt er ja nicht. Das funktioniert nicht. Auch ein Postfach, keine Zustellung. Das ist ein Minusgeschäft, ja. Und genau deswegen habe ich immer gesagt, das bringt in der Form nichts, man muss sich anders einigen. Wir haben ja im Datenschutz. Hans Hansen, seine Familie wird die Adresse wohl haben. Ja und? Hans Hansen, und? Wenn die Familie die Adresse hat, was hat die Familie damit zu tun? Die Familie zeigt einen Mittelfänger. Die ist doch nicht auskunftspflichtig. Soweit kommt es ja wohl noch, dass irgendwelche Tritte auskunftspflichtig sind, wenn sie es wissen. Selbst ich, der nicht in der Familie ist, wüsste ich im Kontext, zum Beispiel aufgrund eines Artikels, wüsste ich von der Adresse. Darf ich die Aussage verweigern? Ich darf die Adresse nicht rausgeben. Und die Familie wird sie auch nicht rausgeben. Und Zustellung an einen Rechtsanwalt geht auch nicht, weil der Rechtsanwalt sich ja mandatieren muss. Der muss sich ja in dem Fall, muss er ja erklären, dass er zustellbevollmächtigt ist. Funktioniert auch nicht. Es gibt keinen zustellbevollmächtigten Rechtsanwalt. Funktioniert alles nicht. Es gibt keine Möglichkeit zuzustellen. Vergiss es. Das müsste jeder, Kilian, sagen, dass das nicht funktioniert. ...Schutzrecht, eine recht hohe Expertise, daher auch nochmal der Hinweis auf das dieser Datenleck, selbst wenn ihr nicht glaubt, dass ihr dieser Kunden seid, sondern nur beispielsweise Vodafone Kunden seid, viele Vodafone Kunden sind auch von dieser Datenleck betroffen, weil es seine Aktie ist, Absatz 1 Grundgesetz, also eine längere Paragrafenkette, die er hier geltend machen könnte. Auch daraus gibt es Schadenersatz und Unterlassungsanspruch. Also eine ganze Menge, die hier zu tun wäre. Wichtig wäre es natürlich, dass Tanzverbot Screenshots gemacht hat. Ehrlicherweise, die Screenshots liegen vor. Hier gerade noch ein paar in geblurrter Version, aber die gibt es auch natürlich im Original zu finden. Logisch, dass ich euch die nicht zeigen wollte, um nicht den Verstoß zu intensivieren, der hier ohnehin schon begangen worden ist. Ja. Maxi Nathor, wer sagt denn, dass die Zielgruppe von Orange, Morange deutsche Bürger sind? Vielleicht streamt er für Österreicher oder für Schweizer? Oder für deutschsprachige Argentinier? Da es sich um zwei größere YouTuber und Streamer handelt, dürfte der Betrag, der hier ausgeurteilt werden würde, im vier- oder fünfstelligen Betrag, also irgendwo bei, ich würde mal sagen, rund um die 10.000 Euro liegen, die Tanzverbot vor und... Das ist realistisch. 10.000 ist eine realistische Summe, auch im Kontext des Umzugs, wenn es einen Umzug gäbe. Aber ansonsten muss es halt beweisen. Orange, Morange bekommen würde, also eine ganze Stange Geld. Oder eben Peanuts, wie Casino-Streamer sagen würden. Ich bin gespannt auf euren Input. Sagt mir, was ihr von dem Fall haltet. Aber das wird ja auch schwer. Also 10.000 allein als Schadenersatz, du musst den Schaden genau beziffern, das funktioniert nicht richtig. Gerichte sind auch bei sowas nicht so bereit, auch wenn es eine riesige Reichweite hat, weil sie einfach in dieser Kompetenz auch teils nicht haben. Das wird und das wird einfach, wenn man es auf dem rechtlichen Weg macht, also abseits des Strafrechtes oder der Strafanzeige, was ja nichts kostet, wird zivilrechtlich nicht viel rauskommen und da gibt es Möglichkeiten, dass man sich vielleicht vernünftig einigt. Und es ist halt am Schluss vielleicht sogar ein Geben und Nehmen, weil dann vielleicht andere Unterlassungsansprüche bestehen, in Form von gewissen Beleidigungen und so weiter, das ist halt, man muss sich den ganzen Komplex, müsste man dann mal aufmachen, das will am Ende doch überhaupt keiner. Ich habe hier angeboten, dass ich versuche zu vermitteln, ich habe zwar jetzt Wahlkampf, aber zumindest danach könnte ich sogar mal nach Madeira fliegen oder man trifft sich irgendwo auch mal in Bremen. Bremen ist immer eine Reise wert. Dann die Anreise für Orange Mournch wäre um einiges länger als die von Tanzverbot, der öfters hier in Bremen ist, muss man halt mal schauen. Was ist eure Meinung zu dem ganzen Theater? Keiner hat sich mit Ruhm bekleckert, das Veröffentlichen der Adresse, das geht halt gar nicht, das ist jedem klar, da gibt es auch keine zwei Meinungen, aber es wird als Smallzeit, dass dieses, dass es auch mal ein Deckel drauf kommt und dieser Streit beendet wird und auch keiner mehr in irgendeiner Weise provoziert und beleidigt und der Theater macht. So zumindest meine Auffassung. Man sollte sich einfach aus dem Weg gehen. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung, schaut es drunter, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da und supportet gerne, damit ich nicht mit Casino-Streams anfangen muss. Vielen Dank.